Hallo zusammen. Nachdem alle Filme abgedreht sind und die Popularität langsam abnimmt, möchte ich mich auch einmal zu Twilight äußern. Die Twilight-Reihe ist ein Meisterwerk. Ja, ich weiß, es ist eine schlechte Romanze, aber komm, das wäre so, als wenn man sagt, ja, Rammstein ist eine beschissene Band, weil die machen nicht genug Jazz. Wenn ihr eine Liebesgeschichte wollt, geht ihr bei Twilight mit den falschen Erwartungen. Twilight ist die Art von Liebesgeschichte, die man seiner Mutter-zu-Mutter-Tag kauft, wenn man keine Ahnung hat, was sie haben möchte. Ihr wisst schon, diese 2-Euro-Billig-Lapper-Romane, vier Romane in eins, die in der Regel so ablaufen, Prinzessin trifft Piraten und sich nattern. Twilight ist keine Romanze, bei keiner möglichen Definition des Wortes. Jetzt kommt, was Twilight eigentlich ist. Twilight ist eine Gesellschaftskritik. Lasst mich erklären. Die Gesellschaftskritik zeigt sich vor allem in den drei Hauptcharakteren. Wir haben zum einen Edward, einen vegetarischen Vampir, der bei Sonnenlicht glitzert. Wir haben Jacob, einen Werwolf mit einer Allergie gegen alles, was seinen Oberkörper bedeckt. Und wir haben Bella, ein Highschool-Girl, das, so schrecklich ist es zu sagen, das grausamste dieser 3 Monster ist. Stellt euch das einmal vor, wir haben einen Vampir. Wenn man sich nach der Mythologie und nach der aktuellen Fantasy richtet, sind Vampire grausame Monster. Ihr wisst schon, Wesen, die ganze Dörfer terrorisieren durch ihre Blutgier. Unsterbliche Wesen, die die Menschen seit Generationen heimsuchen, die nur Tod und Zerstörung bringen. Und wir haben Wehrwölfe. Grausame Bestien, die die Nacht durchstreifen. Wesen des Teufels selber. Weil die im Grunde die Urängste des Menschen symbolisieren. Und diese beiden Monster sind absolute Pussys im Vergleich zu Bella. Was meine ich damit? Okay. Nehmen wir als allererstes mal die Dreiecksbeziehung, um die die komplette Twilight-Saga rotiert. Bella und Edward lieben einander. Und zwar nur deswegen, weil Edward Bella angestarrt hat. Wirklich, die starren sich gegenseitig an den kompletten ersten Filmen durch. Und zwar meistens mit offenem Mund. Im Grunde ist das so, wir schneiden zu Edward. Wir schneiden zu Bella. Wir schneiden zu Edward. Und aus irgendeinem Grund wird daraus eine unsterbliche Romanze. Herrlich. Dadurch wird symbolisiert, dass die Teenager-Romanzen viel zu wichtig genommen werden. Sowohl von den Teenagern selber, als auch von ihrem Umfeld. Dann haben wir Jacob. Jacob ist ein richtiger Charakter. Er empfindet viel für Bella. Und durch seine starke Zuneigung zu Bella ist er bereit, etwas für sie zu tun, was Bella schamlos ausnutzt. Bella, solange sie nicht blöd ist wie eine Handvoll Sand oder Pierre Vogel, hat natürlich mitbekommen, dass Jacob etwas für sie empfindet. Allerdings lässt sie sich von ihm herumtragen, während er kein Hemd trägt. Lässt sich, während Edward weg ist, ein Motorrad von ihm reparieren, um Edward wieder nah sein zu können. Zu der Erklärung, warum komme ich nachher noch. Und sie provoziert einen Krieg zwischen Vampiren und Wehrwölfen. Nur weil sie diesen Vampir ficken will. Wie gesagt, es ist keine Romanze. Sie ist einfach nur geil auf diesen glitzernden, blassen Typen und will den Nageln. Herrlich. Das ist eine umfassende Kritik an allen Teenager-Romanzen, die ich je gesehen habe. Sowohl in der Fiktion als auch im echten Leben. Jetzt kommen wir zu ein paar Szenen, die besonders schön zeigen, wie Bella ein grausames Miststück ist. Zuerst einmal habe ich bereits etabliert, Vampire und Wehrwölfe können sich nicht besonders gut leiden. Darum gibt es da auch einen Krieg. Und wie ich bereits etabliert habe, Edward ist ein Vampir und Jacob ist ein Wehrwolf. Und zu einem bestimmten Punkt in der Story stimmt Bella zu, Edward zu heiraten. Jacob, verständlicherweise zornig, dass seine große wahre Liebe seinen Todfeind heiraten will, stürmt davon und Bella hält ihm auf und küsst ihn. Vor Edwards Augen küsst sie seinen Todfeind, nachdem sie zugestimmt hat, Edward zu heiraten. Was für ein Miststück. Aber es geht noch weiter. Weit davor, im zweiten Buch, beziehungsweise im zweiten Film, distanziert sich Edward von Bella, weil er ein Vampir ist und Vampire nun mal nicht unbedingt alle gut miteinander auskommen. Also möchte er sie schützen. Sie fällt in eine Midlife-Crisis. Ihr habt richtig gehört. Edward versucht Bella zu schützen und Bella verfällt in einem im Grunde Wachkoma-Zustand, in dem sie einfach nur tagelang rumsitzt und gegen die Wand starrt. Dann findet sie heraus, dass sie durch Nahtoderfahrungen eine Wahnvorstellung in Form von Edward projizieren kann. Das heißt, sie bittet Jacob, von dem sie weiß, dass er in sie verliebt ist, ein Motorrad zu reparieren, damit sie auf diesem Motorrad ihr Leben riskieren kann, um Edward nah zu sein. Das ist mit das Grausamste, was ich mir vorstellen kann. Und es zeigt wieder sehr schön, wie sehr diese Teenager-Beziehungen aufgeblasen werden. Teenager sind bereit, sich umzubringen, umzubringen, nur weil sie keinen Kontakt mehr an so einer da haben. Jeder von euch, der schon mal einen Teenager in einer Beziehung gesehen hat, oh, ich liebe den voll, da weiß bestimmt, was ich meine. Es ist zwar natürlich etwas übersteigert, aber im Grunde stimmt das soweit. Nachdem ich jetzt etabliert habe, dass Bella bereit ist, sich für einen Typen umzubringen, weil er sie lustig angeguckt hat und sie sich unsterblich in ihn verliebt hat, kommen wir jetzt zu etwas noch Wichtigeren. Bellas Vater. Für alle, die es nicht wissen, Bellas Vater oder Schnurrbart-Papi, wie er von Fans gerne genannt wird, ist ein Polizist. Jetzt zur Situation, in der sich Bella befindet. Bella reist unter anderem nach Italien, weil sich Edward ebenfalls umbringen will, weil er denkt, Bella wäre tot. Wie gesagt, übersteigerte Teenager-Romanze. Und nicht nur, dass Bella nach Italien fliegt, sie kommt auch regelmäßig mit irgendwelchen gebrochenen Knochen oder Narben auf ihrem Körper wieder, Bissspuren, um genau zu sein. Und ihr Vater merkt nichts. Wie gesagt, der Vater ist Polizist. Das heißt, hiermit wird wieder etwas übersteigert, aber wieder sehr schön gezeigt. Dass in der modernen Gesellschaft die Erziehung durch die Eltern in den Hintergrund gerückt ist. Und das soziale Umfeld der Kinder, Freunde, Medien, Romanzen usw. in den Vordergrund rückt. Der Vater interessiert sich einen Scheiß. Und bei einigen Punkten, zum Beispiel im letzten Buch, wird er abgewimmelt auf die folgende Art und Weise. Es ist Weihnachten. Das Haus ist voller Leute. Alles Vampire, von denen Schnurrbart Papi nicht weiß, dass es Vampire sind. Und sie rühren das Essen nicht an. Er merkt natürlich wieder nichts. Es wird wieder sehr schön gezeigt. Die elterliche Erziehung findet nicht statt. Und Schnurrbart Papi soll abgeschoben werden. Zu einem Angeltrip nach Hawaii. Stellt euch die Situation vor. Eure Tochter gibt euch ein Paket als Geschenk. Hier bitte schön, Papi. Hey, ein Angeltrip nach Hawaii für einen Monat und ich fahre schon morgen. Und eure logische Reaktion, wenn ihr ein denkender Mensch wäret, wäre, hm, das ist irgendwas Merkwürdiges. Ich frage doch lieber mal nach. Seine Reaktion ist, meine Tochter hat mir schon die ganze Zeit nichts erzählt, dann frage ich sie jetzt auch nicht. Auf nach Hawaii zum Angeln. Herrlich. Es wird gezeigt, die elterliche Erziehung findet nicht statt. Er hat kein Interesse mehr daran. Er hat vollkommen aufgegeben, eine Rolle im Leben seiner Tochter zu spielen. Kurz vor diesem, ja, dieser wunderschönen Beispiel elterliche Erziehung findet etwas noch Interessanteres statt. Die Hochzeit zwischen Bella und Edward. Es ist im Grunde nichts allzu spektakuläres. Sie heiraten, machen im Grunde unheimlich rum, wenn das heißt, sie können die Braut jetzt küssen. Ich glaube nicht, dass man da Leuten die Zunge in den Hals stecken sollte, aber das ist wieder eine Entscheidung des Films. Das ist nicht mein Problem. Und dann kommt die Hochzeitsnacht. Beziehungsweise, es kommen die Flitterwochen. In den Flitterwochen tun Bella und Edward genau zwei Dinge. Sie vögeln, bis das Bett kaputt bricht und Bella und sie spielen Schach. Und nein, ich bin nicht auf Drogen. Sie knattern, dass die Federn fliegen und der Bettkasten zerbricht und Bella zerbricht. Ein paar gebrochene Rippen, verstauchte Hüfte, das Übliche. Und sie spielen zwischendrin Schach. Was wieder einmal zeigt, Teenager-Romanzen basieren vollkommen auf der animalischen Lust, auf dem Gedanken, das ist ein geiler Arsch, I wanna tap that, was zum einen durch die animalische, vollkommen übertriebene körperliche Liebe dargestellt wird. Ihr wisst schon Bett kaputt, Frau kaputt, Verschleißerscheinungen, die halt mal passieren können. Und zum anderen durch Schach. Schach ist mit das Unromantischste, was man zwischen dem Geschlechtsverkehr machen kann. Findet ihr nicht? Wenn ihr einen zweiwöchigen Vögel-Marathon veranstalten würdet, mit eurer Freundin oder eurem Freund. Ihr würdet was anderes einpacken als ein Schachbrett, oder? Wie gesagt, es fehlt die Romanze, es fehlt das Gefühl, es ist einfach nur... Ne? Wir verstehen uns. Dann, nachdem diese beiden wohlgemerkt ein Mensch und ein Vampir geknattert haben, bis das Bett kaputt ist und bis der Schritt qualmt, wird Bella auf einmal schlagartig schwanger, weil es ihnen nicht eingefallen ist, zu verhüten. Wieder einmal ein kleiner Hieb aufs Bildungssystem, was denen denn einfällt, den Kindern nicht zu sagen, dass man verhüten soll. Und wiederum ein Hieb in Richtung der Eltern, diesmal sowohl Schnurrbart-Papi als auch die Eltern von Edward, warum die ihren Kindern nicht gesagt haben, verhütet, sonst kriegt ihr vielleicht kleine Dämonenkinder. Weil wie gesagt, ein Mensch und ein Vampir. Darauf folgt die Schwangerschaft. Aus mir unempfindlichen Gründen ist ein Vampir-Menschen-Hybrid, scheinbar in der Lage innerhalb von zwei bis drei Wochen vollkommen im menschlichen Leib zu reifen. Obwohl Vampire ihre Lebenszeit eigentlich verlängern, weshalb die Schwangerschaft eigentlich drei Jahre dauern sollte, aber das beiseite. Es könnte auch wieder eine Kritik am mangelhaften medizinischen Wissen der Gesellschaft sein, aber ich will mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen. Also, während dieser Schwangerschaft ist Bella auf Messers Schneide. Sie ist kurz davor zu sterben, weil das Kind sie im Grunde tötet. Ich meine, wenn bei euch im Körper ein Fötus innerhalb von drei Wochen wachsen würde, was normalerweise neun Monate braucht, dann seht ihr auch aus wie scheiße. Aber Bella weigert sich, das Kind abzutreiben. Das heißt, wir haben hier die Situation der vollkommen übersteigerten Mutterliebe. Es könnte auch wieder eine Kritik von Stephanie Myers an ihrem eigenen mormonischen Glauben sein. Dass selbst wenn die Schwangerschaft das Leben der Mutter gefährdet, die Abtreibung keine Option ist, obwohl es Bella von allen Seiten vorgeschlagen wird. Von ihrem Ehemann, der Familie ihres Ehemannes, ihrem Vater wird natürlich vollkommen ausgeblendet, aber das ist ja nur verständlich. Sie ignoriert also all diese Ratschläge, ignoriert, dass das Kind ihr die Wirbelsäule zerfrisst und sagt, nein, ich will dieses Baby bekommen, ich liebe es. Wieder herrlich. Nach der Geburt bei der Bella von ihrem liebenden Ehemann zuerst einmal mit den Vampirzähnen einen Kaiserschnitt bekommt, um dann mit einer Herzrhythmusmassage die Lunge kollabiert und die Lippen gebrochen zu bekommen. Wieder eine Kritik daran, dass, wieder eine Kritik in Dummheit der Menschen, Edward lebt seit hunderten von Jahren, aber hat keine Ahnung von einfachen medizinischen Vorgängen. Wie gesagt, nach der Geburt wird Bella in einen Vampir verwandelt, weil sie halt im Grunde fast gestorben ist. Nach der Geburt kommt folgende legendäre Szene. Jacob, ihr wisst schon, der oberteillose Wehrwolf, nimmt sich des Kindes an und will es aus Verzweiflung darüber, dass seine Liebe des Lebens fast gestorben wäre bei der Geburt, dieses halbvampirische Monster töten. Allerdings passiert dann etwas, was im Englischen Inprinting genannt wird. Inprinting heißt, dass ein Wehrwolf sich auf ein Wesen einprägt und sich unsterblich in dieses Wesen verliebt. Dieses Baby ist noch keine zwei Stunden alt und Jacob entscheidet, ja, ich liebe dieses Baby, ich werde Sex damit haben, sobald es geradeaus laufen kann. Was wiederum ein sehr schöner Hinweis darauf ist, dass Kinder in der Gesellschaft zu früh sexualisiert werden, was man unter anderem dadurch sieht, dass man bei Kik in der Kinderabteilung rosa T-Shirts mit dem Glitter Aufschrift Bitch Cam Dump oder was auch immer finden kann und nein, das denke ich mir nicht aus, so etwas habe ich wirklich gefunden. Also wieder schöne Gesellschaftskritik. Das Skurrile daran ist, dass es Wehrwolf Gesetz ist. Das oberste Gesetz, wenn ein Wehrwolf sich auf ein Kind einprägt, dann ist dieses Kind von jeglichem Schaden durch Wehrwölfe geschützt. Wieder sehr schöne Kritik an der Gesellschaft, dass es ein Gesetz dafür gibt, dass solche pädophilen Neigungen noch geschützt werden. Wieder sehr übersteigert, aber das ist Gesellschaftskritik ja eigentlich fast immer. Ihr seht jetzt hoffentlich Twilight in einem etwas anderen Licht. Versucht es nicht als eine schreckliche Liebesgeschichte oder die Verstümmelung von Vampiren und Wehrwölfen zu sehen. Versucht es als Gesellschaftskritik zu sehen. Weil ernsthaft, kein Mensch ist so blöd und schreibt diesen unheimlich dämlichen Roman und sagt, das ist jetzt auf jeden Fall eine Liebesgeschichte. Ernsthaft, Leute, die das wirklich als Liebesgeschichte ansehen, sind doch wohl blöder als Pierre Vogel, oder? Ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass irgendeine Art von Mensch mit einer halben Gehirnzelle davon ausgeht, dass ich wirklich einfach nur ein Wartet kurz. Ja? Nein, das kann nicht doch. Oh. mir wurde gerade mitgeteilt, dass Twilight Fans das doch als Liebesgeschichte ansehen. Okay. Twilight ist die beste unabsichtliche Gesellschaftskritik, die ich je gesehen habe. Ich meine wirklich, Volker Pispas und Co. haben sitzen sich wirklich abends hin und schreiben die Texte aus und überlegen, wie kann ich die Sachen so übersteigern und so albern klar darstellen, dass wirklich jeder kapiert, dass das so ist. Und Stephanie Meyers setzt sich hin und schreibt das als echte Liebesgeschichte. Ja, meine Hoffnung, die Menschheit wurden gerade zerstört. Wenn ihr euch bitte entschuldigen würdet, ich würde jetzt sehr gerne in eine Ecke gehen und anfangen zu heulen und mich danach mit Whisky besaufen. Also dann bis zu meinem nächsten Video.